Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin sehr, sehr froh, dass Steffi uns die Möglichkeit gibt, dass ich euch mal einen kleinen Einblick geben kann, wie ein Coaching in etwa bei mir abläuft. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Schön zu sein. Schön. Erzähl doch kurz ein bisschen was von dir. Wie alt bist du? Wie viele Kinder hast du? Ganz kurz. Ja, ich bin Steffi. Ich bin noch 34 Jahre alt. Ich bin Mama von zwei Kindern. Mein großer Sohn, der wird jetzt im Sommer sechs und meine Kleine wird in, ja, ich glaube, zwei Wochen, drei Jahre alt. Und ja, ich wohne mit meinem Mann zusammen in einem Einfamilienhaus. Das haben wir 2013, also kurz bevor unser Sohn zu Welt kam, haben wir gebaut. Und wir fühlen uns hier sehr wohl. Schön. Wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen darüber gesprochen, was dich so beschäftigt, was so die Themen sind, an denen du gerne arbeiten möchtest. Und haben uns zusammen für diese Session überlegt, dass wir an deinem Glaubenssatz arbeiten wollen. Ich bin nicht gut genug. Und in meiner Arbeit ist mir der so, so oft untergekommen. Erzähl mir so ein bisschen, wie sich dieser Glaubenssatz bei dir in deinem ganz normalen Leben äußert und wie der vielleicht entstanden ist. Also entstanden würde ich schon fast sagen in meiner Jugend. Ich war immer schon übergewichtig und adipös sogar schon. Hab im Laufe der Jahre immer mehr an Gewicht zugenommen, dann wieder abgenommen und wieder durch die Schwangerschaften halt wieder draufgekriegt und jetzt wieder relativ reduziert. Hab jetzt einen gesunden BMI, bin im Normalgewicht, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, es reicht nicht. Es ist auch dieses Mama-Gefühl, dass ich einfach nicht gut genug bin als Mama, weil mir ja doch mal irgendwie was rausfällt, wie zum Beispiel mal laut werden oder ähnliches. Also unfair sein den Kindern gegenüber. Ja, und was halt auch eine Belastung ist, ich habe einen Halbtagsjob, habe die Kinder nachmittags und Haushalt, Essen kochen, alles Mögliche. Und wenn mein Mann dann abends fragt, und was gibt es zu essen? Ja, also ich glaube, das, was du so erzählst, das kennen wir alle. Und ich glaube, das tut auch gut zu wissen, okay, es geht noch ganz vielen anderen damit so, ich bin nicht alleine damit. Und dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, also Glaubenssätze, die sind ja tief in unserem Unterbewusstsein verwurzelte Denkweisen. Und die entstehen aus unserer persönlichen Erfahrung, also das, was du selbst auch erlebt hast, aber auch aus Wertvorstellungen und Aussagen, mit denen du einfach aufgewachsen bist. Und die navigieren dich so durchs Leben, die helfen dir auch, dich zu orientieren, weil eigentlich ist der Grundgedanke gut, weil er dich vor irgendetwas schützen möchte. Er möchte dich vor Ablehnung schützen, vor Enttäuschung schützen. Und vielleicht war dieser Glaubenssatz als Kind auf irgendeine Art und Weise ganz hilfreich für dich, aber jetzt halt einfach nicht mehr. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir diesen Glaubenssatz gerne loslassen wollen. Erzähl mir doch mal, was magst du denn an dir? Wir richten jetzt mal den Blick auf andere Gesichtspunkte. Was magst du an dir? Was findest du schön an dir? Schwer. Ich kann ja eher sagen, was mir nicht gefällt. Ich bin im Moment ganz stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, mein Gewicht so zu reduzieren, dass ich mich eigentlich ganz wohl fühle in meinem Körper. Ich bin stolz darauf, zwei gesunde Kinder zu haben, dass ich eine tolle Beziehung habe zu meinem Mann, dass ich eigentlich auch ein echt tolles Umfeld habe mit meiner Mutter und ihrem Mann und meiner Schwiegermutter, die auch immer unterstützend dabei sind, wenn irgendwas sein sollte. Was magst du an Eigenschaften an dir? Ich bin ehrlich. Also ich bin niemand, der mit der Meinung hinterm Berg hält. Ich sage, was ich denke. Ich spreche fließend Sarkasmus, was von manchen manchmal nicht so gut aufgenommen wird. Aber mir hat es, glaube ich, mein Leben lang sehr geholfen, so reden zu können. Ich glaube, ich sehe stärker aus, als was ich eigentlich innerlich bin. Zumindest glauben das ganz viele von mir. Welche Erfolge hattest du schon? Du hast deine Kinder genannt. Das finde ich immer ganz wichtig. Das so als, das habe ich schon geschafft. Welche weiteren Erfolge hattest du in deinem Leben? Was hast du toll gemacht? Ich habe meinen Realschulabschluss relativ gut absolviert, habe dann nach einer Ausbildung als sozialpädagogischer Assistent gemacht, anschließend meine Erzieherausbildung gemacht, hatte dann einen ganz, ganz tollen Job gehabt, den ich jetzt leider nicht mehr machen kann mit zwei Kindern, weil er überwiegend abends und spätnachmittags ist. Aber während dieser Zeit habe ich noch eine Weiterbildung machen dürfen zum Aus- und Weiterbildungspädagoge. Und ich glaube, das ist so meine berufliche Zielorientierung, wo ich auch irgendwann mal hin will. Im Moment arbeite ich in meinem Kindergarten. Beruflich ist das mein Weg. Und privat, ich hätte, hätte man mich vor 20 Jahren gefragt, ob du mal einen Mann und zwei Kinder hast, hätte ich gesagt, nö, keine Ahnung, was ist das? Genau, also ein Erfolg ist auch, du hast deine eigene Familie gegründet. Genau. Eine glückliche Familie gegründet. Und das, was wir gerade, das, was wir eigentlich gerade gemacht haben, ist, wir haben oder du hast gerade aufgezählt, dass dieser Glaubenssatz eigentlich nicht war ist, dass du nicht gut genug bist, weil du eben diese Erfolge in deinem Leben hattest, weil du es geschafft hast, zwei Wunder auf die Welt zu bringen, die irgendwie groß zu kriegen und weil du einen Mann an deiner Seite hast. Der ist ja auch nicht ohne Grund da. Der scheint dich ja zu lieben und zu mögen und zu schätzen für den Menschen, der du bist. Ja, und auch, egal wie ich aussehe, also ich habe ja auch schon 38 Kilo mehr gewogen und jetzt halt weniger. Und mein Gewicht schwankte halt in der ganzen Beziehung, die wir hatten immer mal wieder. Und trotzdem nimmt er mich so, wie ich bin. Und auch wenn ich mal traurig bin, auch wenn ich mal sage, so, ich habe Schotten dicht, ich kann nicht mehr, nimm du die Kinder, dann macht er das. Also ist es auch ein Erfolg, dass du einen Mann gefunden hast, der dich unterstützt und der dich wertschätzt und der dich nicht liebt wegen deines Gewichts. Weil das kann es ja ganz offensichtlich nicht sein. Genau. Ja, das stimmt. Und mit diesen Fragen haben wir den Glaubenssatz widerlegt. Wir haben dir und uns jetzt bewiesen, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ist eigentlich falsch. Der stimmt so nicht. Der ist so nicht korrekt. Und ja, sag gern. Ja, also ich habe da noch so manche Punkte. Mein Sohn, der kam nicht spontan zur Welt, der ist leider ein sekundärer Kaiserschnitt unter der Geburt geworden. Und von diesem Kaiserschnitt habe ich auch einen Geburtstrauma davon getragen. Was mich doch auch mit dieser Frage ganz lange beschäftigt hat, ich konnte ihn nicht selber entwinden. Er lag halt einfach schief im Becken und es ging nicht weiter. Und es ging, also es gab keine Möglichkeit für mich und ihn, ohne ärztliche Hilfe ihn herauszukriegen. Aber trotzdem hatte ich lange Zeit den Satz im Kopf, ich konnte mein eigenes Kind nicht auf die Welt bringen. Was mich ganz stark belastet hat. Und genau das machen Glaubenssätze. Sie schränken unsere Sichtweise ein. Du hast jetzt nur die Sichtweise auf dieses Ereignis. Ich habe es nicht geschafft, mein Kind allein zur Welt zu bringen. Du könntest die Sichtweise aber auch einfach ändern. Du hast es trotz aller Schwierigkeiten mithilfe der Ärzte geschafft, dass jetzt ein gesundes Kind mit dir zusammenlebt. Und du hast ihm den Weg geebnet. Einfach manchmal auf die Situation einen anderen Blick werfen. Du musst dich nicht dafür verurteilen, dass du es nicht alleine geschafft hast. Weißt du, wie viele Frauen denen das passiert? Es ist einfach, es waren blöde Umstände. Es waren Dinge, auf die du keinen Einfluss hattest wahrscheinlich auch. Und dir wurde geholfen und du hast es trotzdem geschafft, trotz dieser Schwierigkeiten, dass dein Kind gesund ist. Dass es keinen Schaden davon getragen hat. Ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig, dass du dir das mit diesem Geburtstrauma nochmal anguckst. Da gibt es direkt ausgebildete Leute, die das mit einem aufarbeiten. Diese Geburt. Ich habe auch jemanden gerade im Coaching, der es jetzt im nächsten Schritt macht. Da wird die Geburt nochmal aufgearbeitet. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn man immer wieder nach so vielen Jahren daran denkt und damit Probleme hat. Ja, also ganz besonders schlimm war es in der Schwangerschaft mit meinem zweiten Kind, also mit meiner Tochter. Und da war ich auch in psychiatrischer Behandlung. Ich habe Kranium-Sakral-Therapie gemacht, was mir auch schon geholfen hat. Und wo ich halt auch mein Trauma, was ich vorher nicht sagen konnte, dass es eins war, wirklich benennen konnte. Ich konnte sagen, was das Problem war während dieser ganzen Geburt. Und ich glaube, meine Tochter, dass ich sie spontan entbinden konnte, hat mir nochmal sehr geholfen, zu sagen, okay, ich bin in der Lage, ein Kind zur Welt zu bringen. Es waren die Umstände, die das waren. Und es lag nicht nur an mir. Genau. Und mit der Geburt deiner Tochter hast du den Gegenbeweis. Da hast du den Beweis dafür, dass du Kinder gut zur Welt bringen kannst. Und dann ruf dir das gerne wieder ins Gedächtnis. Also wir lenken dann gerne unseren Blickwinkel auf alles Negative, auf alles, was halt nicht funktioniert, um diesen inneren Glaubenssatz natürlich bestätigen zu können. Aber einfach den Blickwinkel zu ändern, hin zu dem, was doch funktioniert hat. Und wie schränkt dich dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, in deinem Alltag ein? Der sorgt ja schon dafür, dass du dich anders siehst, als andere Menschen, als dein Mann zum Beispiel. Ja, also ich mache mich häufig kleiner, als was ich bin. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sei es in der Arbeit oder sei es als Mama zu Hause. Alleine schon, wenn das Abendessen nicht rechtzeitig auf dem Tisch steht, dann bin ich schon so, ja gut, habe ich wieder nicht geschafft. Oder alleine, wenn die Wäsche sich türmt, dass man dann einfach sagt, ja, habe ich nicht geschafft, ich habe mich um die Kinder gekümmert, was soll ich denn noch mit der Waschmaschine anmachen? Entweder ich kümmere mich darum. Also ich versuche schon irgendwie so eins nach dem anderen zu machen, aber oftmals das große Ganze, was von einem erwartet wird, habe ich das Gefühl, dass ich das halt oft nicht erfüllen kann. Ja. Hast du täglich damit zu kämpfen? Nein, mal mehr, mal weniger. Also es gibt Tage, da geht es gut, da fühle ich mich gut, da läuft alles, da sind die Kinder auch nicht, ich sage mal, anstrengend. Ja. Es gibt ja auch Tage, wo die wirklich nur quakig sind und bespaßt werden wollen von morgens bis abends. Und es gibt Tage, da können sie wunderbar zusammen spielen oder der Papa hat Zeit und kümmert sich um die Kinder und dann kann ich auch mal ein bisschen mehr im Haushalt machen. Aber es ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Wahrscheinlich ganz wie deine Stimmung auch ist, wie die äußeren Umstände sind. Wenn die Kinder anstrengend sind, dann kommt man halt eher auch in dieses ich schaffe das halt alles nicht, weil ich nicht gut genug bin. Und jetzt eine ganz entscheidende Frage. Möchtest du das denn weiterhin von dir denken, dass du nicht gut genug bist? Nein. Ich möchte von mir denken, okay, ich bin auch ein Mensch, der wertvoll ist, der ganz viel geschafft hat, der nicht nur immer daran denkt, das war blöd, das war nicht in Ordnung, sondern einfach, ja, der Tag ist gut, ich kann das alles schaffen, was heute da ist, auch wenn die Reihenfolge vielleicht anders ist, als was ich vorher gedacht habe. Da bin ich auch relativ flexibel. Aber dieses, ja, ich möchte nicht mehr schlecht von mir denken. Genau. Und was möchtest du stattdessen von dir denken? Wenn wir jetzt diesen negativen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, in einen positiven Glaubenssatz umformulieren würden, was möchtest du gerne anstattdessen von dir denken? Ich bin toll. Ja. Ich bin eine Mama, ich bin eine starke Mama, die auch in schwierigen Situationen was schaffen kann. Und ich bin eine tolle Arbeitnehmerin in dem Sinne. Ich mache meinen Job gut. Ja. Genau. Also du bist gut genug. Du bist eine ganz, ganz tolle Frau und eine ganz, ganz tolle Mama. Und wir wollen gerne unser Unterbewusstsein jetzt umprogrammieren. Dein Unterbewusstsein ist vollgesogen von diesem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und das wollen wir jetzt einfach aufheben, weil du hast dich gerade ganz gezielt dafür entschieden, dass du diesen Glaubenssatz nicht mehr glauben möchtest. Und das ist so dieser erste wichtige Schritt zu sagen, ich möchte das einfach nicht mehr. Und wie kannst du das machen? Also du kannst dir gerade diese positiven Glaubenssätze, die du gerade genannt hast, so dieses, ich bin gut genug, ich bin eine tolle Mama, einfach mal aufschreiben. Und dann fängst du einfach an, dein Unterbewusstsein 21 Tage lang damit zu füttern. Unser Unterbewusstsein braucht 21 Tage, bis es so einen neuen Glaubenssatz einfach einprogrammiert hat. Und du kannst diese neuen Glaubenssätze lesen. Du kannst dir auch Affirmationen, die ähnliche Glaubenssätze enthalten, auf YouTube angucken. Du kannst dir so kleine Zettelchen machen, so Post-its. Und da stehen deine Glaubenssätze drauf. Und du hängst sie halt überall auf, so am Spiegel oder an deinem Kleiderschrank, wo du immer wieder im Laufe des Tages vorbeigehst und die einfach liest. Und wenn es nur im Vorbeigehen ist, aber dein Unterbewusstsein speichert das ab immer und immer wieder oder als Bildschirmhintergrund, was halt so für dich und in deinem Alltag passt. Und so kannst du ganz nebenbei in deinem Alltag ohne großen Aufwand dein Unterbewusstsein umprogrammieren. Und deine Sichtweise wird sich verändern, deine Denkweise wird sich ändern, du wirst Entscheidungen ganz anders treffen. Unsere Glaubenssätze beeinflussen auch, wie wir uns entscheiden. Weil unser Unterbewusstsein möchte immer die Glaubenssätze bestätigt bekommen. Also entscheidest du dich auch entsprechend. Und das wird sich verändern. Und lerne auch im Alltag ein bisschen achtsamer mit dir zu sein. Also guck, wie es für dich passt. Ob du dir sagst, okay, einmal am Tag setze ich mich hin, nimm mir mal fünf Minuten und dann frage ich mich mal, wie geht es mir denn tatsächlich? Weil wer nimmt sich denn heutzutage wirklich die Zeit und fragt sich einmal am Tag, wie es uns wirklich wirklich geht? Nicht so dieses, jeder kennt das, du wirst auf der Straße gefragt, na, wie geht es dir? Und wir sagen, ach ja, alles gut. Und eigentlich geht es uns nicht gut. Und da die Aufgabe, frag dich, wie geht es mir tatsächlich? Wie fühle ich mich? Also auch mal wahrnehmen, okay, wie fühle ich mich? Fühle ich mich gut oder schlecht? Und dann die Gefühle auch zu benennen. Ist das Wut? Ist das Scham? Ist das Hoffnungslosigkeit? Ist das Glück? was auch immer da gerade da ist und dir zu überlegen, was ist dir wirklich wichtig? Also aus dem, was du mir so vorher mal geschrieben hast, da geht auch ganz viel so dieses, was andere Leute zu dir sagen. Ist dir das wirklich wichtig, was andere Leute sagen oder ist eigentlich wichtig, was du über dich denkst und deine Kinder und deinen Mann? Es sollte mir wichtiger sein, was meine Kinder und meinen Mann über mich denken, als was andere fremde oder nahestehendere Personen von mir denken. Aber das ist alles ein Prozess. Aber ich würde mich freuen, wenn du dich einfach so einmal am Tag hinsetzt. Du kannst es aufschreiben, du kannst es einfach nur so machen und dich fragst, okay, wie geht es mir jetzt wirklich? Was fühle ich denn? Und was ist mir jetzt gerade wichtig, jetzt in diesem Moment? Und da einfach so diese Achtsamkeit für dich selbst, für deine Bedürfnisse auch, also dich gerne auch mal zu fragen, was brauche ich denn jetzt? Brauche ich jetzt eine Umarmung? Muss ich einfach mal gerade Wut rauslassen? Muss ich mal mit jemandem sprechen, der mich motiviert und der mich aufbaut? Muss ich gerade einfach mal heulen und mich beschweren und jammern? Das machen wir viel zu selten, darauf zu achten, okay, was brauchen wir wirklich? Was ist jetzt wichtig für uns? Ja, ich finde es auch schwer, die Zeiten einzuräumen, sich wirklich mal um sich zu kümmern, weil ja doch die Kinder ja häufig eigentlich immer, Na klar. Und das ist einfach nur eine Frage des Strukturierens, Ausprobierens. Du kannst gucken, okay, stellst du dir fünf Minuten eher am Tag den Wecker und machst diese Aufgabe die fünf Minuten eher oder mittags mal fünf Minuten oder abends die fünf Minuten, bevor du ins Bett gehst. Und das mit den Glaubenssätzen, das ist, glaube ich, so schön so, um das im Alltag zu integrieren, ohne dass man sich halt eine halbe Stunde oder eine Stunde hinsetzen muss und es muss leise sein und wir müssen uns konzentrieren. Ich versuche es halt wirklich immer sehr praktikabel zu machen, damit auch wir Mamas, die echt wenig Zeit für uns haben, diese Veränderung, diese positive Veränderung, irgendwie in unserem Alltag interagieren können. Und ich weiß, wir haben gerade an den vielen Themen, die dich beschäftigen, so nur angekratzt. Und ich habe dir nur so ein paar Hinweise gegeben, das und das, damit kannst du anfangen, damit kannst du dich selbst jetzt ein bisschen aufbauen, mehr auf dich hören, was brauche ich, was will ich, dich stärken. Und weiterführend sind so die Themen Selbstliebe, auch Selbstfürsorge, also diese Zeit für dich einräumen, weil wenn du mehr Kraft und Energie hast, wenn du diese Kraft in dir selbst stärkst, dann hast du viel mehr Energie auch für den Tag und dann bist du viel, viel selbstbewusster und auch offener gegenüber auch Schwierigkeiten. Und inneres Kindarbeit finde ich auch immer sehr wichtig, wenn du sagst so, du warst schon immer übergewichtig, das hat wahrscheinlich immer Schwierigkeiten dann früher als Kind mit sich gebracht, da auch in Kontakt zu gehen mit seinem inneren Kind und das kennenzulernen, zu sagen, hey, ich bin für dich da, ich liebe dich so wie du bist, ist alles gut, weil wir können das alles uns selbst geben. Diese Anerkennung, dieses du bist gut genug, das müssen wir nicht von außen hören, das können wir uns selbst sagen, dafür brauchen wir niemand anderen. Und vielleicht auch so diese Frage, was brauche ich, wer bin ich, was will ich vom Leben, was ist mir wichtig? Ja, also das werde ich auf jeden Fall umsetzen. Ich bin gespannt, was es mit mir macht. Ja, lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Ja, sehr gerne. Also wollen wir nochmal zusammenfassen, was sind deine Aufgaben? Was sind deine Hausaufgaben? Meine Hausaufgaben sind Zettelchen aufhängen mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen neuen Glaubenssätzen, mich täglich mal fünf Minuten zurückziehen und mir zu überlegen, wie geht es mir wirklich? Ich kann mir auch per YouTube oder per Internet Affimationen Ja, genau. Genau. Suchen, die meine Glaubenssätze nochmal unterstützen, dass ich sie nochmal hören kann. Ja. Ja. Eins, zwei, drei. Genau. Und dann jetzt einfach diesen, du gehst jetzt den Weg und der, das ist nicht so von heute auf morgen, sondern das ist ein konstanter Weg. Und manchmal wird es auch schwierig sein, weil wir haben so diese Konditionierung, alles soll doch bitte so bleiben, wie es ist. Damit kennen wir uns doch aus, alles ist gut, aber das wollen wir halt nicht. Und dann kommen manchmal Themen, und dann kommen manchmal Themen hoch, die schwierig sind, die uns traurig machen. Erkenntnisse, die uns vielleicht erschrecken. Und solche Tage dürfen sein. Und da darf man auch traurig sein und dann muss man nur Wege finden, wie man gut für sich damit umgehen kann. Vor allen Dingen im Alltag. Und da kommen sehr, sehr gerne wieder auf mich zurück, wenn dir sowas mal passiert. Und dann können wir gerne gucken, wie wir das weiter einfach angehen können, was ich dir da noch weiter für Tipps geben kann. Wie fühlst du dich jetzt? Wie fühlst du dich jetzt nach unserem kurzen Gespräch? Leichter. Ja? Leichter. Also es ist nicht mehr so, die Last auf den Schultern liegt, sondern es ist ein bisschen leichter geworden. Schön. Das freut mich. Und ich hoffe, du kannst es mitnehmen. Und ich hoffe, du fühlst diese Leichtigkeit auch noch in zwei Wochen und dass es dann noch leichter und noch leichter wird. Weil mit der Zeit kannst du ganz, ganz viel Ballast jetzt abwerfen. Das hoffe ich. Das versuche ich. Es beginnt bei dir und du hast gerade damit begonnen. Du hast jetzt angefangen. Und das ist so, so wichtig. Und das ist auch schon wieder was, was du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen kannst. Du hast dich jetzt dafür entschieden, dass du was ändern möchtest. Du hast die ersten Schritte gemacht und das ist richtig stark und das ist mutig und das ist wichtig und somit bist du ein richtig tolles Vorbild auch für deine Kinder. Danke. Ich versuche es. Ja. Das ist schon mal wert. Es muss nicht perfekt sein. Es muss nicht, es gibt kein richtig oder so muss es sein und in diesem Zeitraum der Versuch ist gerade alles, was zählt. Also perfekt möchte ich gar nicht sein. Ich möchte gut sein. Ich möchte ein Vorbild sein. Ich möchte nicht perfekt sein, weil das weiß ich, das kriege ich nicht hin. Dann müsste ich wirklich 24 Stunden zu Hause sein, mich vormittags in den Haushalt kümmern und nachmittags Kinder haben. Also es soll eine schöne Balance kriegen. Vielleicht ist es auch noch mal schön, wenn du dir überlegst, was ist denn eine gute Mutter für dich? Also was ist so dein Ziel, wo du eigentlich mal hin möchtest, das wirklich auch mal richtig zu definieren und zu gucken, wie nah bist du dem eigentlich schon? Wahrscheinlich bist du dem näher, als du denkst. Ja. Ja, vielleicht ist das auch noch mal eine schöne Idee. Ja, danke dir. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Es hat dir gefallen, die halbe Stunde jetzt mit mir zu sprechen und ich danke dir sehr, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, da mal so ein bisschen so einen Einblick zu zeigen. Ich danke für das Gespräch. Ich danke für deine Zeit und dafür, dass du mir einfach helfen möchtest. Sehr, 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 sehr gerne. Und wie gesagt, melde dich immer gerne. Habt keine Scheu davor, euch bei mir zu melden, weil genau darum geht es nämlich. Und da ist es manchmal nur so dieses einfach mal Luft ablassen, was heute vielleicht doof war und dann erzählt dir jemand, hey, und morgen ist ein neuer Tag und du machst das ganz, ganz toll. Okay. Das möchte ich. Super, danke dir. Ich danke dir sehr. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.